Ich nehm mir ne Weste, Leute. Ist ziemlich mal warm ab. Boah! Ich war nur den Timetraveler geholt hier. Machst du dran? Ansonst mach ich dir zu. Warte. Ne? Kannst du so machen. Wenn du sie wissen, wo sie hin müssen. Er guckt sie an. Timing, wo soll ich hin? Okay. Das war total hier. Jetzt macht er da die Masse, wo ich den Pfeil hingemacht hab. Nein, hier steht Ash. Er macht da die Masse. Hihihihi.